Dann mal los! Meine Damen und Herren, Sie haben nun die Gelegenheit, hier an Bord, laufen wie Gleise durch die Nacht, die Zeitfäden, 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 die Ich bin total aufgeregt, weil ich war ja noch nie da und mein Freund Toschi war auch noch nie da. Mensch, wir sind doch hier nicht auf einer Kaffeefahrt! Meine Damen und Herren, wir haben uns gerade versammelt, um unsere kodierten Sendeanstalten wieder einmal zusammenzubringen, um zu sehen, ob sie denn auch noch zusammen passen. Dies werden wir gleich in einem Versuch umsetzen und zu sehen, ob die Pole noch auf der richtigen Seite sind. Ich zähle jetzt von 10 rückwärts. Wenn ich bei 0 angekommen bin, geht es los. Bitte bereiten Sie sich vor. 10 9 8 7 6 5 3 Schnauze 5 4 3 2 1 0 Es geht los! 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 9 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 20 20 20 21 20 21 22 22 23 23 24 25 25 25 25 27 25 25 Sie krabbeln auf dem Boden rum mit ihren Krallen, die Krallen. Und jetzt kommt der Alea. Und jetzt ganz glücklich. Schaut die Farben der Krallen an. Alle sind so... Nee, sie schweben über den Blubberbläschen. Die grünen Krallen. Und vor allen Dingen, jeder hat sie in einer anderen Farbe lackiert. Wo lassen sie sich denn noch mal diese Farben nur lackieren? Die Jolie-Laura, er ist da, an den Transport. Das ist schwach? Das ist schwach. Das ist schwach, ein hp. Und warum bin ich nach Berlin gegangen bin? Weil ich meine Liebe nicht mehr unterstützen kann. Ich kann mich nicht mehr so lieben. Ich kann mich nicht mehr so lieben. ARD Text im Auftrag von Funk